Moin Leute und kommt zu einem neuen Volk bei The Air Scrooge von Skyrim. Sorry, dass die letzten Tage nicht so viel Content kam. Ich hatte Corona. Mir ging es nicht so gut. Die Zeit danach war auch ein bisschen stressig. Deswegen kam ich nicht dazu. Und jetzt wollen die Folgen werden alle ein bisschen kürzer sein, da ich effektiv zwei Tage Content aufzunehmen. Dann bin ich erstmal nicht da. Ja. Haha, Skyrim at its best. Man kennt's. Die rennt die so häufig lang, ey. Man kennt's ja, man kennt's ja, man kennt's ja. Aber wie heißt bei YouTube Shorts und TikToks, da komme ich auch gerade immer nicht zu. Bin ich ehrlich, liegt aber auch ein bisschen daran. Wegen meinem nicht gerade so guten Schnittprogramm. Schnittprogramm. Seele gefangen. Ich tipp, wir haben einen See, wir haben einen, äh... Wir haben einen, äh... Seeverzauberung. Und wisst ihr was? Wir machen mal einen kleinen Umweg. Ich bin gerade über Shade geritten. Wir haben jetzt einfach, wie gesagt, so zukünftige Displays. Ähm, erstmal generell ab September geht's auch weiter mit F1. Dann soll auch noch zum Jahresende wieder Pokemon kommen. Dragon Cross Elf. Dragon Cross Elf. Dragon Cross Elf. Um... Oblivion. Morrowind. Baggerfall. Arena. Life is Strange. Um... Da ist ein oder andere der Need for Speed. Ports Horizon 4. Ihr habt euch ja eine Schlechtung. Was war das? Hier kein Seelenstein ist groß genug. Ich will euch töten. Ihr seid so gut wie tot. Oh ja. Oh ja. Hey. Kann ich... Kann ich mal wieder... Hauen. Warum kämpft das Ding halt mal mit? Da haben wir nämlich Kack-Ding runtergefallen. Falscher Schrei. Weil ich war mit... Okay. Zurück haben wir das hier getestet. Weil ich wollte ich... Na bitte nicht was denn vom äh... Aber jetzt ob wir keine Seelenstein haben, die groß genug sind. Wie viele Seelenstein haben wir überhaupt noch? Die wir gerade aufladen können. Gewöhnliche Seelenstein. 39 Stück. Äh... Wir haben 27 große. Wieso auch immer, wo da der Unterschied zwischen den beiden ist? Keine Ahnung. Okay, dann sind das mächtigere Seelen der drin sind. Herzsteine. Wieso haben wir denn die ganzen Herzsteine dabei? Kleine Seensteine... Mächtige Seelenstein. Da haben wir 20 Stück. Wir haben noch genügend. Und dann passen die nur in schwarze Seelensteine. Alter gefüllt... Wir haben 17 Stück gefüllt mit mächtiger Seelen, Alter. Holy shit. Windseekern haben wir auch noch. Siegen werden auch. Keine gute Idee ohne zu kommen. Komm wir ohne. Alter. Wenn er geht mal wieder ins Ödstück zu gehen ab. Wir haben wieder mit dem Fall rum. Ha, 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 ha. Seid ihr zum sterben bereit? Seid ihr zum sterben bereit? Seid ihr jetzt nicht? Yona, stopp! Och Yona. Jona, wir haben zu unserem Hause jetzt geholfen. Und ich habe es geholfen. Ich habe es geholfen. Ich habe es geholfen. Und ich habe es geholfen. Was hat er sich dabei noch gedacht? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zu. Vorsichtig. Jonah. Und jetzt bin ich ein Kieger. jetzt habe ich schon so viel heiter gebraucht die nutzt weil ich wieder auch eh nie okay hier sind jetzt mehr banditen an die neun war zu schnell ja hat schlange schlange fisch war was klappt ja wenig aber So, lieber mal mitnehmen. Den Skipper. So, lieber mal mitnehmen. Malin, he's so up that you'll be able to get. E-Sig. Irgendwürdiger Sehenschein. Ich habe das nicht geholfen. Ich habe das nicht geholfen. Was ist das? ja 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 Nichts, sondern das hier. Hat die aber noch Eisenschild gehabt? Haben wir noch Schilder gehabt? Was? Mach mal! Mach mal! Fast, ne? Ja. Ja. Haben wir noch einen Schild gehabt? Ah, hier zwei Eisenschilder. Wir waren ja auch in der Kategorie Waffe. Was? Mache ich. Ich bin noch da. Was? Dann mal los. Was? Mache ich. Was das? Ja. 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 Ja, geht'sz. Ja. Ja. Fynn! Fynn! Der schwarze Dicht, als ob der schwarze Dicht stand, aber what the heck. Oh mein Gott, das wäre so geil gewesen, wenn wir über Ulfelsähle gehabt hätten. Joda? Was? Mach nicht. Mach nicht. Was, oder? Was? Was das? Was ist das? Es wird aber sich irgendwie was ändern im Daniel, nochmal in der Zeit, wo wir... ...bremendanten Zweifel machen können. ... 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 Die Audio ist da, wir kriegen keinen Schreiber, wir kriegen keinen Namen. Okay, so dann kommt derjenige da. Wer auch immer die Mühe gemacht hat, den Eingang wieder zuzumachen. Jetzt sieht es so aus, als wäre es dunkel. Ein Drache. Jo, wahrscheinlich. Natürlich. Ja. 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 als ob wir den one-shotted haben hey what the fuck wir sind zu stark setzen sich da auf unser haus ich weiß nicht ob man sehen kann was hast du lügen müsste es sein ja würde ich sagen das würde ich gerne wenn der konkurrenz gleich bei dem